Wenn du und deine Nachbarschaft mal im Dunkeln steht und ihr dem Entstörungsdienst der Stadtwerke schon Bescheid gegeben habt und es nicht an den Sicherungen oder den Verteilerschränken liegt, dann kommen wir mit dem Baby hier an. Das ist er, unser Kabel-Messwagen. Von außen ganz schlicht, aber hier drin, hier geht die richtige Party ab. Wenn also irgendwo im Kabel eine Störung ist und dieses auch noch unter der Erde liegt, gilt es, die Störung so schnell wie möglich zu finden, ohne dabei alles aufreißen zu müssen. Die Kondensatoren in unserem Kabel-Messwagen pumpen dann zwischen 3000 und 32.000 Volt je nach Kabeltyp in das Kabel, um die Störung ausfindig zu machen. An der Fehlerstelle kommt es dadurch zu einem sogenannten Überschlag. Das ist ein kleiner Kurzschluss und dieser erzeugt einen Knall. Diesen Überschlag können die Kollegen mittels Technik aus dem Kabel-Messwagen ausfindig machen, orten und somit noch mehr eingrenzen. Als nächstes kommt dieses Baby hier zum Einsatz, das Bodenschall-Mikrofon. Damit hört man alles, was unter der Erde stattfindet. Also auch unsere Störung und zwar zentimetergenau. Am Ende muss nur kurz ein Loch gegraben werden, die Störung beseitigt werden und alles läuft weiter wie gewohnt. Ich sage vielen herzlichen Dank an meine Kollegen, die bei Wind und Wetter und natürlich auch zu jeder Uhrzeit für dich unterwegs sind und alle Störungen mit dem Kabel-Messwagen beseitigen. SWU, verlass dich drauf!